Absaugwerk und Time Savers sind 716 Kilometer und 752 Höhenmeter voneinander entfernt. Dort gibt es Berge und dort gibt es Wasser. Viel Wasser. Wie heisst es so schön? Gegensätze ziehen sich bekanntlicher an. Und so kam es, dass sie nun schon seit vielen Jahren die perfekte Fernbeziehung führen. Aha. Hallo? Aha. Hallo? Ah, Dominik. Schön. Die funktioniert nur mit einer guten Kommunikation, gegenseitigem Verständnis. Kannst du mich hören? Ja. Ah, okay. Ja, ja, ja. Und einer grossen Portion Leidenschaft. Time Savers baut Bearbeitungszentren zum Entgraten und Schleifen von Metallteilen. Das verursacht viel Staub. Absaugwerk filtert diesen Staub und macht die Luft wieder sauber. Ah. Wie geht es dir? Ja, uns geht es gut. Wir brauchen mal Hilfe. Ich hole dich ab und ich bringe auch ein paar Tulpen mit. Ha, 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 der Dominik. Der holt mich ab. Der kann nicht mal Auto fahren. Ja, mit Tulpen. Geil, super. Komm mal vorbei. Tschau. So eine Fernbeziehung ist nicht immer einfach. Man nimmt lange Wege und Wartezeiten auf sich. Man schreibt sich Liebesbriefe. Oder süße Nachrichten. Denkt sich immer wieder neue Überraschungen aus. Und darf es nicht immer so genau nehmen. Bis man sich endlich wieder sieht. Dann ist die Freude umso größer. Sollen wir euch das Geheimnis einer glücklichen deutsch-niederländischen Partnerschaft verraten? Man erobert gemeinsam neue Märkte. Und feiert zusammen die kleinen und großen Erfolge. Und danach schmiedet man schon wieder neue Pläne. Möchtest auch du dich neu verlieben? Hier sind dein Partner für flexible Absauglösungen. Zuverlässig. Ehrlich. Persönlich. Dann schickst du es in die Rechnung. Ja, okay. Alles klar. In Ordnung. Ciao.